So, das wollte ich probieren, so. Dann können wir nämlich die Reise so langsam wieder weiterführen, ne? Wir wollten, wir wollten, jetzt muss ich aufpassen. Hier ist irgendwo was. Zumindest ich sehe was. Nee, 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 nee. Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich hör dich doch. Ich hör dich doch. Ja, wo ist er denn? Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Ja, wo ist er denn? Ist er hier drunter? Ja, dann bleibt er da. Dann bleibt er da, ne? Dann bleibt er da. So, wir wollten, wir wollten, wir brauchen, nicht wir wollten, wir brauchen, wir brauchen Ton. Wir brauchen, wir brauchen weißen Sand. Wir brauchen diverse andere Sachen. Und Panda, Panda. Ne? Und so Kleinkram halt alles, was wir noch so brauchen. Und deswegen habe ich gesagt, in den Let's Plays, wir gehen auf Reise und suchen uns mal den ganzen Kram zu sammeln. Deswegen, ne? Nicht wundern. Wegen Spoiler-Annahmen. Wir werden dann nämlich dann nachher, versuche ich dann nämlich, also schön so alles fachmännisch zusammenzuschneiden. Das ist ja schon wieder ein Monster. Zu viele Monster. So, die Kohl. Hier, komm. Wo bist du denn? Wo hängst du? Da hängt noch irgendwo einer. Ist aber doch schön, wenn wir mit dem Block Erde dann hier rum zu wurschteln. Wir brauchen weißen Sand, hat mir gesagt. Da ist der Truthahn. Ich seh nix. Wie ihr seht, seh ich auch nichts. Wir gehen mal hier schön am Wasser entlang. Wir brauchen ja Ton und alles. Im weißen Sand. Dann gucken wir mal, was wir hier noch so schönes finden. Was wir noch so schön mitnehmen können. Am besten, am sinnvollsten wäre ja echt Ton, ne? Weil Ton ist halt Mangelware. Da war der Fressbaum. Da waren wir. Wir müssen in die Richtung, ne? Sehe ich da richtig? Wir müssen da runter. Da waren wir noch nicht. Also quasi diese Richtung da. Und wir müssen in diese Richtung. In diese Richtung. Hier ist auch kein Ton drin, ne? Anders sieht, brauchen wir nicht. Kupfer? Kupfer brauchen wir auch nicht. Kupfer ist halt im Moment unerheblich. Kupfer brauchen wir nicht. Ah, Trufhaar. So. Dann gehen wir mal da hoch. Dann können wir mal da Porri essen, ne? In einer ruhigen Minute. Der Frühlingszwiebel, den Porri. Dann können wir uns mal da Brot runterholen. Dann haben wir das nämlich auch schon. Haben wir einen schönen gefüllten Magen. Sehr schön. Weißen Sand. Genau. Wir brauchen weißen Sand. Ähm, ja. Oh, ist ja geil. Elche. Das ist eine Elche. Ist ja geil. Wie kommst du denn jetzt hier wieder runter? Oh, kann man die mitnehmen? Kann man euch mitnehmen? Lauft nicht weg. Der Weihnachtsmann braucht euch. Ein Hirsch. Kein Elch. Das ist ein Hirsch. Ist ja geil. Ist ja geil. Oh, Panda. 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 Geh weg. Geh weg. Das ist nicht gut. Panda Bär. Panda Bär, ja. Panther. Panther. Es ist ein Panther. Ist nie gut. Das tut weh. Das tut weh. So, das haben wir. Das haben wir. Noch nichts, ne? Gefunden haben wir noch nichts. Aber das ist ja auch, ne? Nichts Neues. Da ist eine Ratte. Da haben wir. Ja, was haben wir denn da? Ist das denn schönes? Sollte man Feld werden. Sollte man Feld werden. Aber nun gut. Man kann ja nicht alles haben, ne? Oh, mein Mädchen juckt. Mein Mädchen juckt. Kennt ihr das? Wenn es auf einmal so ganz komisch juckt. Was haben wir denn da? Schönes. Waschbär. Das sieht auch sehr interessant aus. Aber wir gehen von da. Weil ich nicht weiß, was uns erwartet. Werden wir von da reingehen. Das sieht nämlich nicht gesund aus, da, das Dinger. Irgendwie habe ich da so eine ganz leise Vorahnung. Ähm, ja. Was ist das denn? Gehen wir rein? Ja, ne? Würde ich sagen. Oh. Oh. Ich hasse das ja, ne? Da liegen Stolperdrähte. Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Wo sind wir denn hier gelandet? Machen wir oben zu? Lassen wir offen? Was meint ihr? Ja, moin. Scheiße, alter. Scheiße, die Wand an, ey. Dann machen wir hier erstmal zu, ne? Oh, fuck you. Alter, ey. Und das für einen Eimer. Für einen Eimer und einen Burger. Ist doch nicht wahr, ey. Ernsthaft jetzt. Und das für einen Eimer und einen Burger? Da geht's auch nicht weiter. Aber geil, sieht das aus, ne? Geil, sieht das aus. Die Schäden würde ich gerne mitnehmen. Die würde ich gerne mitnehmen. Ich hab' ich gedacht, wunderbar, was kommt hier, ne? Pfeile können wir mitnehmen. Nehmen wir auch mit. Wunderbar, was kommt's? Da hast du einen Eimer und einen Burger. Wobei den Bürger, den... Ja, den hab' ich, ne? Nee, 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 nee. Und das für sowas hier, weißt du? Packen wir das mal da rein. Diese Pfeile fällen. Dann die Pfeile packen wir da rein. Den Eimer, das packen wir auch da rein. Die Schädel packen wir da rein. Baumwolle. Das verrottene Fleisch. Das Bett holen wir uns mal runter. Die Blumen, die können wir gleich irgendwann mal, ne? Dann kann man die in den Müll schmeißen. Dann können wir nämlich hier Haia Bubu machen. Und ein Ründchen schlafen. Wahnsinn. Nee, 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 eh. Fühn-Eimer, weißt du? Fühn-Eimer, läufst du dann da rein? Blauch. Himbeeren. Ja, den nehmen wir auch mal mit. Himbeeren sind auch schön. Den nehmen wir auch mit. Wunderbar.